richtig ich konnte es ein richtiges match hat er auch erzählt dass wenn mir mensch ist dann dass er rausging und ich will mir die bombe hab ihn nein der grüne verbrennen mit ins zeige ich habe die noch zweimal indirekt ja der markiert war dem wohl egal ein bisschen auf grün ja natürlich regeneriere ich nicht ja gut sehr gut ich hasse das wenn ich diesen markieren dings dagegen die wand werfe er sehr gut richtig mann naja aber gut das ist halt so akzeptes gedanken knass also jetzt wird aus dem augen oder spiel mit charger erste richtige runde das ist meine ich habe sogar selber mit abend witzig das ist ja ist ja schicksal ich habe mir mit okay naja das wird er nicht gesehen schade was im blaster ich muss mal gucken war nicht in das letzte mal gespielt haben nein das ist sogar der letzte zack ärgerlich ich bleibe die nette ist für gute blaster eigentlich was er guter gewährte da wir kommen die denn ja gut okay das war jetzt unmöglich auch sein geht zu grün rüber wobei ich habe nicht die färbe kraft ich wollte nicht der folge schützen naja da war ich zu grünen grün gefährlich ja ist das doof ja das ist schwierig schwierig ich soll punkte fehlen das laufen lassen den polen der relation ich mich und der lase es geht es gibt bei dir machen gerade ist hier trinken in der farbe das bledling schon mal weg aber die bombe kommt hinterher ja ich hätte bin sogar zu zweit oder kommt der gut sehr gut mal hier die seite erst mal und reingehende und aktivieren sehr schön sehr schön das war es mir wert ist okay weil ich habe weil ich wollte zu dir springen falls sie dich doch töten aber wenn man weiß ja nicht manchmal dauert ein bisschen lange kommen wir uns das zweite oder auch nicht ich habe gehofft dass sie es vielleicht woanders hinwerfen wahrscheinlich haben die mir nicht vertraut aber ich habe kein vertrauen in dir also eigentlich wollte ich die elian erwischen aber schade ich dachte ich könnte den vielleicht noch und wenn er zum sport das wie ich meine das haben wir ich habe nicht mehr darauf geachtet schon lange her ja schön und irgendwie müssen wir sind ich habe schon wieder keine ja wir haben das war ja auch nicht so lange hier das war schon viele da war das auch der grüne ist bei mir da hat mich da nicht er kommt gleich von dem 1 da ist doch noch nicht gewesen ich hätte da müssen grün ist noch dort hinten aber das ist ein bisschen der kollege jetzt macht er das an dem bruder von der fontäne und wenn ich ran wegen ärgerlich mit der barriere das war sehr aber gut ist aufgeteilt das heißt heißt noch gar nichts dass einfach zwölf gewinnen ja es ist ja auch keine schleiche da sind es okay dann steig ich mich rein wir sind gerade sehr gut vorne ich will mal so frechner richtig schlecht ich bin auch schlecht ich kann ich schaffe nicht genug mit reflex aber reflex ist damit keine schande reflex ist stärk gefährden ich würde auch keinen wahren mit dem reflex machen also schon aber ich würde auch verliehen geht es gab ungesprungen rosa braucht wenn du da reinkommst sind auch alle bei grün und in der mitte so grün hat nicht dann ist alle vorne ja genau ich bin ich keine schande schade ja ich wollte gegen ende noch in rosa rein wenn die mitte freu mich angreifer vor sogar ein leune und das sind die mitte ich wollte jetzt sagen kürbi du machst den leunen aber dann hat er die in paris und dann nehme ich jetzt einfach wieder zurück die shit paris meinst du wohl ne darf da nicht so hart drauf gehen wie er selbst aber quasi 0 war überraschung und die enden die end paris haben einfach gedacht so ich bin so schlecht das schaffe ich nicht und haben dann noch mich gekillt aber trotzdem ding ins gezündet so und meinst du wir haben kurz zeit dass ich gleich mein doppeldings raus packt so und mir auch mal ein bisschen gute ist dass das für dich wenn du möchtest ich hätte ich habe gestern nicht dann gedacht das hätte ich gestern schon machen sollen das habe ich vergesse halt jedes mal dass ich dieses dämliches plätschert habe ja die rolle das war eine getradet ich komme einfach zu dir ja aber klar soll er mich mitnehmen ist okay ja was war das für dich habe ich wieder einfach irgendwo anders hin beportet ist so und jetzt ist ihre kehren von dem rolle grünen also wenn ihr irgendeinen plan habt es wird paris haben zugeschlagen als ob ich mich diesen beide beide zweiten ja ich gehe kurz raus ich glaube stream speed wäre echt nicht schlecht also ich merke mir fehlt das voll man hier irgendwie ein bisschen mobilität zu haben die daten für das grand fest und so gefühlt ja ich habe davon auch nicht zu gelesen auch in dem patch schnutz aber vielleicht habe ich auch nicht hier wer weißt du noch was für das t shirt wäre das das ist eigentlich rosa oft hier spitz ist dann eine vergangenheit da wäre für das t shirt wird das bruder aber gut scheiß aufs t shirt mal dieser stempel holt mich ja ich hätte eigentlich alles geben können dass er steht aber da kommt auch gar nicht mit dem stempel karl rosa kommt sie sind zu zweit ist noch einer rosa ja man das nett ist man die schimpel ist okay glück hat man sich spät also sehr sind die doppels und mal die nur ein bisschen von in paris was schon noch mal warum kommt er denn hier hoch also der hat man den zu pushen ist auch hart so der ist ja schon mit der waffe bestraft diese deppelt sich nicht durch ich bin ein bisschen Okay. Oh Mann. Kann man da nicht nach oben? Müsste man können. Richtig doobig ist das, ne? Ja. Nur eine Seite paintable. Mahne sich den Schirm nicht, aber schade, schade, schade. Der grüne ist dann noch... Irgendwie nicht last, ne? Den krieg ich immer weh, die den Hartenfugel auf mich. Hier kommt einer hoch. Oh, ist der Stand. Ja, das ist ja gut. Vorsicht, du bist. Ja, oh, oh. Ja, oh, oh. Ja, oh, oh. Von Team Grün habe ich gar nichts gemerkt. Team Rose hat einfach alles alleine gemacht. Aber gut, Team Rose hat mich fixiert. Ja, ich hatte auch ziemliche Probleme mit Team Rose. Wenn ich noch einmal gestorben bin, weiß Bescheid warum, ne? Ich bin nicht vom Gelände voll getäuscht. Ja, das ist ja schon gut. Ach so, also jetzt... Ja, wenn jemand reinkommt mit Hallo, dann ist so für mich erstmal... Ähm... Was macht denn Lila hier einfach schon? Ah, da ist Lila mit der Buja-Bomme genau in diesem Signal. Okay, den grünen Snipe habe ich. Der Bogen ist noch da hinten. Mann, und der kriegt mich mit einem Pfeil so einfach... Mann, und der kriegt mich mit einem Pfeil so einfach... Vielleicht sollte ich die nehmen mir so... Aha, schon grün. Ja, sehr gut. Ja, den Bogen habe ich... Ich musste mal langsam ins Blaschland aktivieren. Uh oh. Na, die sind dann nach oben gegangen, ne? Na, die sind dann nach oben gegangen, ne? Na, das ging dir auch. Schade. Mann, ne, jetzt auf einen Punkt fehlt, wo du die Gefangingspläste. Das kann nicht sein, ey. ich habe nur einfach dieses hallo gelesen dass ich dachte es war so ein hallo und alle und so deswegen dachte ich aber ich habe es einfach so ein richtiges match cool aneklinen daim ist glaube ich in ordnung und 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 da rechste na dachte ich mir schon ich würde den einfach mit der brühe bombe dahin den schon mal weg geholt hat der ein glück gehabt dass ich der glück hatte ich auch wieder die hatte ich jetzt zum sporn erstmal ich halte die eine seite auf jeden fall das heißt es sind aktuell gleich zwei gegner unterwegs ich weiß nicht wie lange ich das halten kann wenn man das signal irgendwo ist die schatten kommen wahrscheinlich gesprungen du bist der typ der schon uns im sporn halten wollte der verfordert mich jetzt erwischt und gespürt backt und hätte nicht realisiert dass da gleich die splashdown auf ihn zukommt das wäre schon hart lustig gewesen denn nämlich mit dem ich mit ich habe jetzt alles gegeben ich habe die so in sporten gehalten für so die die nüte randen und sowas mit dem blaster ich habe glaube ich richtig blaster momente gehabt der nice außer lander high als verteidiger ist gut wir haben upper hand wir haben der high ground ganz gut weil wir einfach überall runter droppen kann und einfärmen wir starten zusammen wir sind ja gerade wieder droppen und hat mich aber nicht okay das schwamm im weg der steppel von ihnen ja genau da ist rosa noch in der mitte aber ich glaube und rosa mit christen postig rosa eben nur gerade gesehen dass sie eingefärbt sind grün ist auch gerade hier drin kippe rosa muss ich gleich weg ne rosa hat mich ja grün habe ich zurück gedrängt die rosa ist gerade ein grün habe ich sehr gut dann ist auch weg schön 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 hat er habe ich schaut muss von irgendwo anders herkommen ja gut abgewährt der rosa passt gerade hartkopf dass ich nicht von unten von unten von der grünen seite ja zu spät gesehen egal ein signal ist noch verkraft war hat den grün habe ich grüner drei baut und man wird das auch dabei gelassen können ein grün habe ich naja die stadt hat mich die stadt hat mich und james rosa das andere signal für den krass einfach der junior einfach komplett und ich kann das nicht schade ich glaube was bei rosa da hinten vielleicht die mails interagieren können martin erst morgen überhaupt mal ich glaube im normalen schenkst das ist doof dass du das gewonnen hast hat auch schon auf das gott gepostet bei uns ja und nicht wissen muss dann glaube ich nachdem ich live mit mir reden sein und ich habe einen moment durch oder ich war das heißt aber das hat diesen background da und mir war das so neu dass ich damit nichts anfangen konnte oh gott rosa orange brust nee moment lol ich bin hier ein tod ist tut mir leid ich wiese lang greifer 0 wieso habe ich gedacht wir sind verteidiger nur ich immer verteidiger bin und ich bin auch noch so dahin gegangen um lila zu feld zu abzuwehren so mann eben ein hirn einfach überhaupt nicht realisiert rosa scheiße okay bitte nennen weil dann musst du nicht sagen dass rosa scheiße sondern ich weiß habe ich hätte ihn auch lassen können aber mir war es jetzt wichtig zu rechnen das war mir wichtig wenn wir jetzt ganz genau haben wir war es der flex oder der mäders brusat hat ich kenne den clash blassen nicht platt ich kenne den clash blassen nicht platt ja ich habe versucht ja wie das nicht weiß ich nicht aber ich will mal so hinten ist mir geil ja lila scheiße jetzt habe ich gerade die chip paris gekillt ich bin mal richtig als hättest du irgendwie hier ne mann ist das letzte speck ist und immer noch zu dumm für tricolor ist keine ahnung jungen was machen was du irgendwie kognitiv hin du bist schon gerade am gewinnen und du musst einfach nur noch stehen bleiben um gewinnt und der soll ja aber ich will nicht weil ich ein scheiß mate bin waren dominanz bewiesen hier kann man leute raus wurden aus das team so dass die keine ahnung ich habe ein ticket gar nicht eingetragen dass ich eins genommen hatte ich gehe einfach dahin wo du bist weil ich habe keine färbekraft aber du und dann kann ich vielleicht mit kraft dich unterstützen so wie den hier okay dann nicht müssen wir rosa aufpassen ja ich habe einfach gedacht so der mail reagiert so und sieht wir sind hier gerade zu dritt so aber ich folge dir einfach über die rail hier von unten aber dann ist ja auch nicht beide von hinten ich habe ihn damit ist sie haben quasi ich helfen schon wieder hier ich helfe beim beim dass sie noch weil dann nicht da bleiben sagt ich habe mich um die ecke erwischt aber das machen wir eigentlich in somit zu bleiben schade 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 man kriege ich weg für dich das ist so nah dran der grüne ist da oben markiert immer den ein Ah, ich habe gesehen, Trizuka. Okay. Ja, gut, wenn du lila aufpassen kannst, scheiße, sonst haben die mich auch noch. Leute, ich wollte es sagen, so als ob der nicht kaputt geht und wenn du es schaffst, OSA noch richtig krass gegen zu färben, ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber ich kann den... Schade, aber gut, okay, okay, ich glaube, das haben wir sogar. Die wollen sogar noch grün! Abgemerkt, bam! Gleichkampf ist schwarz. Ja, gut, man kann ja auch den anderen Modus spielen. Für mich gerade Duo-Modus. Oh, 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 oh. wir haben verloren ich gebe der will uns das okay heißen nein wir sind sogar angreifert übernehmen wir uns jetzt haben wir schmeißen okay jetzt muss ich das mal so schmeißen schmeißen dunkel ins wasser das kann ich nicht wo ist er denn da das ist mein ich habe mich so aufgeregt wenn die er sich mit der rente gekillt hätte ich wollte den so beschützen trainer kommt zu uns sehr gut sehr gut der war nämlich da habe ich einmal indirekt ist es auch alleine also man kann sich alleine spielen also das ist ja das war ja nicht meine aussage aber ich glaube es macht mehr spaß wenn man nicht allein 0 und dann ist die bombe da die einfach rennen steht und ich krieg die nicht mit warum ja mal schade haben wir nicht gespeich gesehen ist ich wollte nur mit trug haben und habe gedacht ich bin schneller schön 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 jetzt ist sogar mehr fläche da die range von dem splatter ist einfach so abnormal ja ja hier verkommen 8.000 nach nice mehr von dem der akku kleckser 3.000 mir auch scheißegal spielt keiner mehr split und deswegen ist es auch für x kampf und also die hatten beide diesen hut auf ok mai bei der ja das sind beide diesen hut lol you're right ich gebe mich geschlagen schon wieder dieser toaster ich habe gesagt so krass können wieder mit splatter voll am pushen und bin so irritiert dann jetzt wird händler gewechselt und dann sehe ich das irritiert mich so das war ich glaube der war schon mal irgendwie man den vor gut ich habe nicht keine tinte er ist doch ich hab jetzt ein schicksal akzeptiert das wird so gut dass das noch verteidigt auch gelene Oh lord, ich bin nicht mehr, ich hatte einen Weg, ich hatte einen Neen. Oh, das ist ja gut. nein es ist scheiße scheiße ja gut die grünen hat einen wavebreaker gestellt die rosanen konnten das nicht nehmen sehr gut ja also rosa ist auf jeden fall weggedenkt wenn grün nicht irgendwas angestellt hat dann haben wir gewonnen aber das sieht auch ja das sieht eindeutig nach einem sieg aus bämm 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 leonardo leo lego bist du das beteiliger auf der dieser lustigen map hier ach da wo ich den 2200er score geholt habe doch nicht wir haben eine ship parry die rosa ja ich nehme nur noch die apple sie am splashdown ready das ist schon mal zwei die chance dass sie nutzen wenn ich ganz dabei bin sind einfach mal garantiert und zwar sind ok ok oder auch nicht ich gehe wieder zurück ja abgewählt abgewirkt man ja meint leistung regelt ich kann ausblenden ja ok dann fähig mal gewünschte große wie man das gesehen hat ich aktiviere das ding geht nicht auf und dann wird rosa so im märchen es leckt so hart dass ich weiß ich weiß nicht wie ich das ich weiß nicht mehr dazu sagen machen wir die momen aus zwei schüsse mit einem schuss offen für ein ende reichen zwei für den geräten reicht einer dann können fest ja kein neues match werden hier ich habe keine chance da ist aber nur grün grün weg drängen ja shit ja dann ich habe gewirrt jetzt haben die in place an das klasse das werden die wahrscheinlich nutzen das ist ein leichtes match am ende gewesen das war eine die eine ein einziger wenn er direkt ist nicht mal wie viel schaden die benutzt ich muss schon halb aufladen damit es funktioniert mindestens halb und dann sind wir noch abend angreifer also wenn wir das echt gewinnen wollen muss man echt glaube ich in dem gegner sporn auch rein die beste kann man gar nicht ja für verteidiger also ist die beste map so ist einfach schön so ich habe das gefühlt sind sogar war es kann die zu uns lassen nehmen wir davor davor dass das meinte sagt dass das davor war ein echtes ja hier müssen wir glaube ich einfach vielleicht richtig goblin mode aktivieren so glaube ich glaube ich viele jetzt hier so richtig rein das ist ein neu wieder gefordert ist und und da kommen die von der anderen egal ob er gepasst passt sehr schön sehr schön ok koplin modus 102 ausgäste kuscheln nicht warte mal ich hatte immer hoch und wenn ich noch mal das hier ja ich bin tot aber ich habe ein hauptsache aktiviert ja lila scheiße ok ich hätte es besser machen können hauptsache noch mal getriggert ich weiß ja nicht ob wir so langsam umfärben sollten so nah dran nein ich fall ins wasser und dann hat lila das aktiviert und dann dachte ich so ok dann halte ich den jetzt fern und so und dann kacktila doch rein ich hätte doch springen sollen ja die map ist das furchtbar so also man es nicht schafft in den 1 born reinzukommen dann keine chance tja das ist zwar also der ausgang überrascht mich jetzt gar nicht aber die map ist glaube ich die schlechteste trick oder irgendein sporen sonst keine chance aber wir haben das besser was gemacht ich fand wir haben signal bekommen das war cool jetzt können wir wieder auf eine richtige web spielen nur die gallen weiß bescheid auch mit dem wechsel da muss man auch vergehen vielleicht ein bisschen aufpassen alle anderen haben sich auch ein scheiß mit aber jetzt wird sich zurück die gallen ist oder irgendwas lecker oh gott die edit ja 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 abgehörte das passt dachte erst hätte gold megalodont hier aber ok ich habe ja von anfang an gesagt irgendwas stimmt nicht und ich habe gerade eine halbe sekunde gebraucht und das signal zu bekommen das ist schade so viel zu viel was macht rosa dahinten ich habe darauf vertraut dass ich vielleicht noch schaffe ist gleich dann zu bekommen bögen so sehr nerven also ich hatte manchmal also ja kommt auf die waffen was man gerade spielt so komplication aber gut mit inkompetenz genutzt so das ist ja der teide stimmt aber es wäre trotzdem eine niederlage dann für mich geworden oder wer das wäre das eine niederlage gewesen nach dem speichern wenn wir gewonnen hätten das wären sie gewesen oh gott das ist so viel das so viel ist ja jetzt kann ich war tot und die randoms haben sich von spüren und dann ohne uns im trage ich habe pisse Wie ich da nicht hochkomme, ey. Oh, dann holt mich die Nautilus einfach. Spawn Camper. Oh, wieder vom fucking Wavebreaker, ey. Oh, ja, aber. Oh, dann. ich hoffe grün konnte also ich war jetzt ein bisschen zu gut aber ich habe ein blaster so dann macht ja nichts und sieht wo ich noch versucht darüber zu gehen ich war so irritiert körbe warum bist du dem anderen wir haben ein imposter wir können so gut wie wir kommen war das deiner ja jetzt immer in die ecke gespielt mit blast also das ist so mein mein problem so dass man mich mit blast einfach so hart pushen kann von mir einfach den habe ich ja oder gut dass er wusste dass ich da bin so ich kann nicht eine sekunde vor dass irgendwo krass ich stehe einfach hier schießt drei schüsse dann ist er der nächste wie der das weiß wo genau ich stehe den habe ich noch gekriegt Yo, gut, dick, krass, ey. Ja, jetzt grün. Oh, jetzt kriegt der mich da weg. Ja, jetzt. Imagine ich hätte mal so ein, dass ich einfach schieße und ich trüppel noch irgendwie ein Tod so. Imagine, imagine. Ich könnte machen, was ich möchte. Aber das ist ja kackegal, wenn du gegen eine Wand wirst, ich kriegte niemals dahinter. So. Ne, ich war mit einem Blaster kriegt die da hinter der Wand weg, ey. Imagine, aber ich hätte sowas, ne, da kommt noch drei Schüsse hinterher und alle treffen. Ja, das ist gut. Angry duck. Angry duck. Angry duck with bots. Was? Kann ich mal schieße gehen. Ich bin mal da grün rüber. Ja, krass, ich hätte mich nicht mehr getötet. Ich meine, ich war ja hinterm Splash dann so, aber ich hätte ja auch einfach selbst aufwarten können. Da kommt noch der Blaster rein. Der hat auch seine Special. Doppelspecial. Überspringlich wundere ich mich von einem Champion kaputt zu machen. Nächste Waffe? Ne, ich habe eigentlich seit Monaten dieses Rad drin und das mache ich ja immer, wenn die Rotation beginnt. Also eigentlich seit Monaten nicht mehr so. Einfach nicht. Ich sagte, ich war Schipers mit dabei. Hier haben wir. Abgelehnt. Abgelehnt. Die sind weak, die sind weak. Nein, ich würde es besser machen. Man ist einfach nicht da und. Und dann holt mich der Bogen. Grün kommt gleich rein. Ja. 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 grün hatte ich gerade auf ich glaube aber das war sehr weit grün drin sehr gut ja gut ja gut und da haben wir mal gucken angreifer okay und das ist ein No way. Ah, ich war zu zweit. Wer kommt da? Der Tenner. Na schade, den habe ich nicht gekriegt. Einmal indirect. Oh, das ist der Moment. Selbst wenn es jetzt scheitert, es hat nicht wichtig, wichtig. Schön, schön, schön. Noch einer, noch die Airbrush. Sorry. Das war meine Raketen. Ja, so. Das ist natürlich doof. Also, ich hätte an deren Stelle dann auch das nicht genommen. Also, irgendwie ist es auch selbst schuld. Der Typical ist passiert, bevor ich die Raketen gefeuert habe. Ja, das ist ja passiert. Es gibt Specials, da muss man halt mit rechnen. Und da waren natürlich beide in einem, ne? Ja. Das ist ja auch total. Nein, wir müssen uns versammeln. Ah, die Gellen wieder, ey, die Gellen fackt ab, ey. Jawoll. Oh, den bin ich nicht genommen. Okay, sehr gut. Ja. Sehr schön. Natürlich nicht nachlassen. Vertrau da. Da ist noch einer. Dann habe ich es so. Sorry, aber wenn du mich töten möchtest, muss ich dich leider zuerst. Das ist okay. Gerade für die Airbrush. Splatling wollte mich da, glaube ich, weiß nicht, ob die Angst hatte so, aber ich hatte dann war im Notwehr, ich musste Splash stören. I'm so sorry, Andy Splatling. Aber ich wollte nicht sterben. Und mir war der Sieg wichtiger. Wir hätten Faust gehabt, aber ich sitze. Was die uns antun, können wir auch die. Splatjoe. Hey, das ist die Gellen von gerade ist es bei uns. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob die uns angegriffen hätten. Aber gut. Voll egal gewesen. Die hätten das wahrscheinlich gemacht. Schwierig. Ich merke mir halt nie so die Namen. So, ich müsste mal echt gucken. So, einfach mal alle Parts nochmal durchgucken. Wo waren die schlimmsten Mates? Oh, da kann ich dir direkt schon eins sagen. Du weißt schon genau welcher. Ich bin ein Lampel. Ja, Gott, die Dabels habe ich. Jetzt kommen sie mit dem Auslager vom Jet. Gibt's nicht. Schön, schön, gut verteidigt. Bote Block. Ich. Du was. Ja. Du was. Du was. Ja, ich hasse das so. Irgendwann sind die halt. Die Rage von dem Blaster ist gar nicht so weit. Und dann sind die halt irgendwann raus aus der Reign. Okay, sehr gut. Dann ist das Blackling. Weak. Scheiße. Ah, okay. Aber es hat gekriegt. Und hey, was geht? Es geht bei dir. Dann die Lego muss ich bereit machen für Gleit. Okay, rosa ist auf jeden Fall hohl. So die, die hätten fast uns geholfen. Ah, shit, shit, shit. Gut, 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 gut. Gut. Ah, die habe ich nur Indirected. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe gerade grün. Ja, schwer. Daniel. Aber haben wir verteidigt. Ja, so dieses Mega Crossover von allen drei Teilen ist schon nice, aber ich muss sagen, irgendwo früh, Weihnachten. Und man hat hier mal krass, ganz vergessen, dass es die gibt. Schön, dass wir auch mal auf meiner Lieblings-Map spielen. Oh, okay. natürlich mich kaputt muss ich die rosa kommt rein einer lebt noch von rosa die gillen habe ich aber vielleicht gleich die andere wieder es ist ideal für blaster das schon nice die wahl ist als ob lol acht paris er hat gibt es auch noch selbst Okay. warum wollte er schneller als ich schwimme na gut okay dann ist das so ich wie sollen sie denn sonst verkaufen machen keine ahnung also schon irgendwie aber mal gucken also die werden es also ist mein irgendwo geht es um geld und dann werden die das schon irgendwie hinbiegen so im notfall lassen die auch einfach welche raus so herrs das wäre dann auch zu spät wo andy den kennt auch samrun mit jenemals aufgekinkt gegen frau das ist dann wieder das ist nicht der aus der e5 was macht denn der roller hier schon der schacht ja ja roller dinge da muss man natürlich mich so eine beschissene bombe wie der war macht ihr denn so viel schaden also wahrscheinlich noch eine insta bombe sehr gut ist weg ich probier's auch na der pinsel überlebt schade schade ich bin auch gerade zum ersten mal heute grün ist unser freund ja ok 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 der pinsel in die sounds vom story mode nicht mehr so da ist auch gleich der spawn eigentlich voll der gute spawn so man ist ja ich könnte nur ein weg nehmen richtig auch wichtig dürfen die ränder und nicht ignorieren auch noch grün ist gerade sehr gut dabei markiere dann auch die doch werde ich auch was noch wirklich wollte im grünen helfen ich glaube grün war auch sehr sehr klug unterwegs schönes match ich gebe grün in die hände haben wir gemacht ja schönes tippe und zwölf uhr ich hoffe lego ist ready ich glaube ich noch mal kurz auf toilette gg's auf jeden fall kirby war noch mit dem haben auf wiedersehen das ist